... ... aber dann lege ich trotzdem jetzt mal was hin, dass wir nicht von hinten nochmal angegriffen werden. Äh, wem gehört die Walkery im Warp Gate? Meine. Okay. Entschuldige, ich würde dir kurz freischalten, dann könnte ich rüberfliegen, ich wollte nämlich nicht re-buy. Nee, wir ziehen eine neue Galaxy, wir machen dasselbe jetzt so wie gerade die anderen. Ja, da kommen wir wieder welche zu ziehen. Das wird jetzt haarig. Ja, wir machen das nochmal frisch. Also bravo, nochmal zurück zum Warp Gate, wir gehen mit der nächsten Galaxy wieder rüber. Und das was komisch ist, hier steht, du musst im Warp Tower sein, um den Trupp einzusetzen, also um die, ich kann sie nicht freigeben sogar von hier aus. So. Aber so hat es jetzt glaube ich richtig gut funktioniert. Es funktioniert gerade richtig gut, aber verschrei es jetzt nicht. Ich glaube die bei C, wie sind das da bei C, aber ich glaube die kriegen auch ein bisschen Stress gerade momentan. Also bei B läuft der Trupp, bei C. Die haben, habt ihr vielleicht, nehmt noch eine Liberator oder irgendwas mit, weil da ist noch eine Galaxy, genau über B, feindliche. Also, ja. Ihr nehmt natürlich keinen Liberator mit, wir machen jetzt kein Air Squad. Neh, wir machen sie da oben stehen. Machen wir sie da unten. Oder so, genau. Die sind ja gut bewaffnet, die geht weg zu. Auf jeden Fall muss ich mal meinen Trupp echt loben, dass wir gerade B-Punkt richtig schön halten. Ja, das ist echt nicht groß so. Meine Stack hat keiner hinten, wir hoffen jetzt, dass da keiner kommt. Aber wir sind jetzt einfach wenig. Ich hab da zwei Bounds in Vettys hingelegt, ja. Ich weiß, die Vettys zwar nicht, aber die sind da hinter uns, nicht bei uns vorne. Aber rechtzeitig zähl runter oder so. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich es auch mitbekomme und dass wir immer so einen richtig geilen Scheiß machen. Ja. Also, es läuft echt gut jetzt gerade. Das ist jetzt mehr Herausforderung. Ja, wir kriegen noch ein paar Unterstützung durch ein paar Randoms. Läuft. Und ich bin mir sicher, dass wenn du so spielst, du sogar mehr Kills machen kannst, ja. Eben, schaut euch jetzt mal einfach mal kurz. Ja. Riskiert einen Blick auf die Tabulaturtaste, seht eure Tee, seht eure Punkte. Müsste ziemlich gut laufen. 5,5 Wackaday. Für die Aufnahme, ich bin ein Suchti. Ja, selber ist so. Achso, stimmt, wir sehen wir noch dran. Ich hab grad viereinhalb Stunden am Stück. Und zu mir was sagen, und ja, Leute, Sonntagnachmittag, ne? Da geht's so was schon mal. Ja, wo ich bin halt dran, nicht rausblicken. Ja. Lass sie kommen, wir haben das, was sie wollen. Lass sie kommen, wir haben das, was sie wollen. Lass sie kommen, wir haben das, was sie wollen. Ja, okay, die kriegen Stress drauf. Alle raus. Jawoll, das passt. Der war perfekt. Der war perfekt. Okay, gleich A sichern. Oh, wir haben viel verloren. Was soll die Scheiße? Wir haben A wieder. Ich geh runter. Ich geh runter. Okay, da kommen wir auch. Selbe Ausstellung, wie grad eben, Leute. Es hat sehr gut geklappt, selber ausstellung. Ich hab da jetzt mich mal aufpassen. Warte mal, warte mal. Warte mal, ich mach das C4. Ich bin unten. Fuck, der hat schon mal, was bei C abgeht. Ne, die kommen jetzt von C, kommen sie rüber. Anate. 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 Bleibt drinnen, Leute. Nein, ich halte den B-Punkt. Jetzt wird's kritisch. Ja, ja, ja. Wir kriegen da jetzt Unterstützung von... Von hinten kommt der Mix. Waren die braucht Hilfe? Achtung. Ach, hier sind wir hinter mir. Hinter mir. Hinter uns. Da kommt da, ich bin da. Junge, die kommt von hinten rein. Ja, ich sag ja gerade. Boah, und massiv, massiv, he. Jo, ich kann nichts machen. Ich bin recht. Ja, wo der ist so massiv, wir holen uns gleich. Die Frage ist, ob wir dann... Ja, wo der kann. Ah, super. Danke. Ja, guten Tag. Hallo, reparier mich da gleich, bitte mal. Jo, jo, oh, 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 ich brauch auch Reparatoren. Hier, ich stehe hier. Hallo. Da kommen wir zu hören. Alter, wie schön war da dann. Ich brauch einen Moment, ich brauch einen Linken hier. Außen ist noch einer, Vorsicht mit C4. Achtung, wo bist du? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Wenn du nur wegrennst, dann kann ich dich nicht mehr. Wieder alle. Ich bin noch Medi3D. Vorsicht, zurück, zurück, dass du dich überhitzt. Ich muss mich überhitzen. Ich muss mich überhitzen. Danke. Boah, vielleicht Reilung. Nein, gar richtig. Ja, war der Makrosik, komm. Unnötige Kommentare, jetzt bitte weg. Ja, unnötig, was? Achtung, Granate. Die sind alle, die sind alle. Leute, zwei Minuten. Oh Gott. Beim Fenster. Achtung, hinter uns am Fenster hockt einer. Okay, die Max lebt wieder. Max braucht hier, Max braucht hier. Max braucht hier. Markus hinter dir, die Max. Die ist wichtiger. Gut, und ne safe, und ne safe. Die Restnade ist raus. Da, komm schon rein. Da, komm schon rein. Ich glaube, du komm von hinten, kann er sein? Nicht durch. Dann ziemlich vieler Heavy. Max, geht alles. Kauf hier oben noch. Wir leben alle, das Leben alle. Einfach weitermachen. Kasseln, hau, 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 hau. Nein, der Dark schießt jetzt extra solche Dinge. Also schaut auf die Scheiß, man. Mach die ganze Zeit. Hab ihn. Sauber. Sehr schön verteidiger Fahrer. Vorsicht. Oh, nein. Verliebt C4 vor der Tür. Jetzt ist es weise. Oh, 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 oh. Granate. Über uns, wir sind down. Habe ich. Der Dark ist der Munition. Also, verliegt nochmal C4. Draufschießen. Dann ziemlich stress. Autsch. Schieß einer auf das C4, bitte. Ja. Dann durch die Klammer. Achtung, hinter uns, hinter uns. Einer reinkommt. Ist down. Oh, die, die kriegen grad Bessie. Ja. Sehr schöne Arbeit hier. Sehr schöne Arbeit. Sehr schöne Arbeit. Ah, Harasser. Vorsicht. Harasser oben. Ja. Harasser. Das gehen wir mal bitte den Taschenlammer aus. Hat irgendjemand von euch Panzerminen? Hm. Oder, ja, ne, Tank. So. Das schaffen wir. Das schaffen wir. So. Komm, 50 Sekunden noch. Ja, meine Shotgun macht der ziemlich gut Damage. Markus, was machst du? Was machst du? Wir müssen nicht rausgehen. Niemals rausgehen. Die wir nicht bei C. Gut, und wir sind jetzt aber auch 50. 50, ja. Wenn wir jetzt C verlieren müssen, wir uns noch 3 Minuten halten. Also, reiß euch zusammen. Oder wir bitten alle. Ne, es bricht nichts. Ne, wir haben C verloren. Die Warasser von der Tür. 2 Minuten. Komm, Leute. 2 Minuten. Komm, Leute. Die kommen, Leute. Die kommen jetzt wieder aufpassen. Hier bei B, dass sie wieder gleich von hinten kommen. Die Treppen hoch. Ja. Hier ist einer down. Komm. Okay, Harasser steht noch direkt vor eurer Tür. Und schrei mir ja. Ich gucke hinten raus, damit wir nicht von hinten angegriffen werden. Einheit kommt vorne. Also oben. Ja, ich hab's gesehen. Der sitzt leider. Du sagst, wenn du Unterstützung brauchst, ne? Jo, ich... Okay, bisher haben wir verloren. Achtung. Ja, kommt schon 1,5 Minuten, Leute. Das packen wir. Die down. Bundy, komm her, komm her, komm her. Gut. Jo, 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 jo. Zurück, zurück. Ich bin tot. Mein Sunny ist tot. Okay, wir haben noch eine... Ich hier und ihr Medic ist... Danke. Medic ist down. Granate? Die kommen wieder von hinten. Du quatsch. Du gehst jetzt zurück. Ich denk mal. Oben. Ich brauch eine Restnade down. Restnade oben. Oben. Hier passen wir eine Granate hoch. Wir haben hier noch einen random Max. Okay, ich muss nicht ziehen. Das passt alles. Ja, okay, wir haben A verloren. Wir haben A verloren. Wir haben A verloren. Okay, Leute. Schnell zurück zum Warp Gate. Die nächste Galaxy. Bravo, zurück zum Warp Gate. Schnell. Okay, wir nehmen einen 7 wieder. Wir nehmen noch Armin wieder. Leute, das läuft richtig geil. Ja, wir haben auch gerade wieder ziemlich lange gegen gehalten, obwohl die mit Hairracern und einem Carmen Respekt, muss ich sagen. Ich hab nicht von Alpha noch Munitionspaket. Ich hab nicht genug Punkte. Irgendjemand eine Galaxy. Ich kann nicht fliegen. Ja, ich kann nicht fliegen. Ja, dann fliege ich. Aber hol eine. Okay. Ja, dann fliege ich. Aber hol eine. Ich höre, nehmt Heavy und Madix. Nur Heavy und Madix. Komm, ich lege gleich hier rein. So, Galaxy ist da. Alle in die Galaxy. Also Leute, die pushen jetzt da heftig. Jumbo, komm zu mir. Ja, ich bin schon da. Komm, einfach weg, die beiden. Denkt daran, wir haben das, was sie wollen. Also nicht rauslaufen, wenn sie das, was wir haben wollen. Steuerung oder nichts. Jetzt werde da bestimmt keiner mehr raus von uns. Bild ab, man. Bild ab. Außer du vielleicht, ne? Ja, ich jetzt. Ich hab den Gedeck geschnackt. Guck mal, dafür hab ich hier ne. Dankeschön. Eine Granate auf den Kopf bekommen. Alle drin, go, go, go. Schnell, 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 schnell. Futter, du sagst, 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 sagst. Ich mach nicht. Ich weiß, ich quatschig. Das geht noch. Danke. Wer sagt, Drop? Futter. 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 Immer Nummer 6, rechts in der Liste. Immer Nummer 6. Alles klar. Bei der Galaxy. Achtung, Max, 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 Max. Oh, die hat mich voll erwischt. Bond ist ein Lipi. Und ein Motti. Wer kommt wieder von den? Der Wunder kommt. Dankeschön. Ähm, Jumbo, ich bräuchte dich. Für mich war gerade ein bisschen tot. Ein bisschen tot. Ein Punkt, Leute, ein Punkt. Ähm, der Sani, der mich grad wiederblieben wollte, hat nicht gereicht. Da einmal nochmal für die Aufnahme hier. Ich möchte mal festhalten, ihr habt ja gerade in der XP-Leiste gesehen, was es von Mega XP gegeben hat. Und, ähm, ich muss sagen, dieses Squad-Play ist verdammt geil. Und wenn ihr selber vielleicht auch auf Miller seid und von Squad-Play haben wollt, dann meldet euch einfach mal bei Orifimilla. Ja, egal. Weil wir machen echt geilen Scheißen. Die Rechte ist bereit. Bereit machen. Die Rechte Tür. Die Rechte Tür. 3, 2, 1, go. Wir kriegen Unterstützung vom O. Wir kriegen O-Unterstützung. Wir sterben jetzt alle hier oben. Ich brauche nun endlich. Okay, A-Punkt-Selfen. Okay, A-Punkt-Selfen. Okay, A-Punkt-Selfen. Okay, A-Punkt-Selfen. Oh, das drin auf. Ja, die Schüsse. Dann langsam pushen, langsam. Lass die Max es vor. Max es vor. Das Geschütze ist dauernd, Geschütze ist dauernd. Ganz in die Ecke. Da rennt noch einer rum. Gut. Sorry, Ultima, Master. Kein Problem. Kali-Kammer Summe. Kommer nicht. C4, legt ihr noch, C4. Achtung, C4. Macht das Schild weg. Genauer Kämpft, lieber. Umd child. Ja, ich bin unten an der Tür. Ich bin nível sicher hier UP7 keinsichend fans. Hackaust grappler Sounds. Eropa zu Inklaubs. Sch Haz Dark St Mao. Ach der Styler, wie geht's dir. Ja, reparieren ich bitte. Oder ich bin plötzlich zurück. Ich habe muss jetzt kurz zum Edelstyler. Ups. Da ist erster Folge. Hier ist erster... Da kommen sie hin. Oh, f restrictive. da ist die mexican die fenster sagen oder nichts machen wir pushen da jetzt mal ja hier rechts sind wir hinter dem schon eine minute leute jetzt haltet einfach die türen dicht haltet die türen dicht ich habe praktisch und die fenster so dass wir da ist einer direkt neben der tür vorsicht raketenwerfer jetzt war der scheiß gekommen wenn sie kommen sie kommen wenn auf die tür halten alles auf die tür halten weil sich gerade dauernd rest des hausmarkers wir verlieren den punkt hier packen wir verlieren den punkt haben wir waren richtig überrannt gerade keine chance ich habe nach unten ich halte unten aber nicht weil die einfach mit ingesamt haben wir noch ein medic dort okay gut bravo komplett zurück zum opfer und selbst wenn wir das verlieren haben wir trotzdem gemacht jetzt aber zum wort geht ja aber zum wort geht alle galaxy wir droppen jetzt auf c punkt damit rechnen sie nicht die heute kennen jetzt richtig hat um a wir droppen auf c ich ziehe galaxy ihr hüpft rein weil ich habe mich direkt um b kümmern ich hoffe wir haben uns noch leute stellen was machst du nee du sollst mal verstärkungsanforderung symbolieren machen oh nicht mehr ich kann keine max wählen das schweizende menschen gegebenenfalls würde ich mir sagen oder ok alle rein ich nehme schwer ich kann keine max mehr nehmen Achtung Granade dann nehmen mediklern aber das ist super dank er werde ich ja nicht wann die kommen von hinten oder brauchen wir die kopfhächer und wieder bewegungskornate ich hab' nicht genug kratzkeller wo bist du achten das leichter ist im haus wir sind vier mediklern und drei ingenieure ja mal zu erinnern ist er kann irgendwelche mediks bitte um Max es ziehen wir brauchen keine mehr als ein reines jungen einer hier die kommen von rechts rein wir müssen aufpassen edelster ja gut dann ziehe ich ne Max ja gut dann holt ihr zwei nächstes ja ich sehe auch nicht viel ich habe allerdings kann zwischen kann man mich dreht voll weiß nicht so eine scheiß granade ich jetzt gut muss ich nur eine merke zu erhoben das wäre vielleicht schlecht egal markus kommt wir müssen jetzt einfach los Chris kommst du ja ich hab's schon schon tot Edelstyler wo braucht ihr uns unten C oder A lebt bitte an der Tür Mensch warum guckt mir immer nach hinten okay wir trocken also auf dem grünen Pfeil für Nummer 6 also Chris okay also jetzt kommen sie unten rein das war's auch für mich alles klar und oh nein kannst du schon gelesen nein wenn du MP-Granaten bist du im Arsch so